Obwohl er so sehr an seinem Leben hing, wollte er unbedingt seine Kameraden rächen. Deswegen ist er hierher gekommen, um gegen dich zu kämpfen, Hinojashai. Mag sein, dass er ein Verbrecher war. Er wäre er war. Immerhin tausendmal aufrichtiger als du es je sein würdest. Er ist ein Verbrecher, er ist ein Verbrecher, er ist ein Verbrecher. Er ist ein Verbrecher.